Heute nehme ich dich mit in die köstliche Welt der italienischen Küche und zwar mit diesem super einfachen und unwiderstehlichen Rezept der Thunfischnudeln in Tomatensauce. Bleib unbedingt dran, denn dieses Rezept ist ein absolutes Must-Try. Los geht's! Topf her! Etwa 50 Milliliter Olivenöl rein und ich schwitze zwei bis drei durch die Knoblauchpresse gepresste Knoblauchzehen bei mittlerer Hitze etwa so lange an, bis die circa eine hellgelbe bis leicht bräunliche Farbe annehmen. Danach gebe ich eine Dose San Marzano Tomaten zu dem Knoblauch dazu und rühre das Ganze gut um. Ich lasse die Soße für etwa 25 Minuten ganz leicht bei schwacher Hitze dahin köcheln. An dieser Stelle kurz etwas zu den Dosentomaten. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, aber die Wahl deiner Dosentomaten ist vor allem für dieses Rezept der absolute Dealbreaker. Bitte, 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 glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich beide Varianten ausprobiert habe, also die San Marzano Dosentomaten wie im heutigen Video, aber auch die gängigen 0815 Dosentomaten jeglicher anderen Art. Und ja, was soll ich sagen, meine Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte, alle erschmecken den Unterschied einfach blind. It is how it is. Also beim nächsten Griff deiner Dosentomaten, schnapp dir unbedingt die San Marzano Dosentomaten. It's worth it. So, back zum Rezept. Ich rühre die Soße immer wieder mal um bis die 25 Minuten vorübersehen und gebe dann noch circa einen halben bis ein Teelöffel Salz dazu. Fertig ist sie die Tomatensauce. Wichtig bei diesem Rezept ist, dass der Thunfisch erst dann zur Tomatensauce dazukommt, wenn diese sozusagen abgeschlossen ist. Nicht davor, denn erst so entfaltet der Thunfisch sein gutes Aroma und seinen leckeren Geschmack. Du kannst deshalb die Tomatensauce einfach ein bis zwei Tage davor zubereiten und wenn du dann Lust aufs Gericht hast oder es mal schnell gehen soll, dann kannst du einfach den Thunfisch frisch dazu geben. Dafür nehme ich, ganz wichtig an dieser Stelle, den Thunfisch in Olivenöl und nicht den Thunfisch in eigenem Wasser. Bevor ich den Thunfisch zur Tomatensauce dazugebe, zerdrücke ich ihn mit der Gabel und lasse ihn auf einem Sieb etwas abtropfen. Ich gebe hier dann den Thunfisch zur Tomatensauce dazu und mische alles gut durch. Bisschen abschmecken schadet niemals und gegebenenfalls kannst du etwas nachsalzen. Dann gebe ich noch ein bisschen mehr als eine Prise frisch gemahlenem Pfeffer dazu und noch 15 Gramm Butter und alles wird dann gut durchgemischt. Und jetzt geht's ans Anrichten und ihr wisst, ich liebe es. Als erstes gebe ich die Nudeln in einen Pasta-Teller und dann kommt schon die super leckere Thunfisch-Soße drauf. Dann noch mit frischer, feingeschnittener Petersilie garnieren und fertig sind sie, meine Thunfisch-Nudeln in Tomatensauce. Wenn du noch mehr Lust hast auf italienische Rezepte, dann schau dir unbedingt dazu mein Video zum Originalrezept der Carbonara an oder auch meine eigene Kreation der Veggie-Bolognese. Du findest die beiden Videos hier oben verlinkt oder auch in der Infobox unten. Wenn du noch mehr bis zum Originalrezept der Sicht bis zum Originalrezept der Mischung bis zum Ingenieur